I won't lie down and I can't do this without you Hello Kali Crew! Ich bin mir sicher, dass jede von uns diese Situation kennt, wenn man vor dem Kleiderschrank steht und sich denkt, ich habe einfach nichts zum Anziehen. Aber der Kleiderschrank eigentlich komplett voll ist. So geht es mir wirklich fast jeden Tag. Aber ich dachte mir, bevor ich jetzt losgehe und neue Klamotten kaufe, versuche ich lieber mal ein paar alte aufzupimpen, damit sie wieder neu aussehen und ich quasi das Gefühl habe. Und darum dachte ich mir, ich nehme heute mit, weil ich glaube, es könnte ziemlich cool werden. Aber vorher wieder eine Frage von euch. Joana Kofler wollte wissen, ob ich nur beim Essen vegan bin oder auch bei materiellen Sachen wie Kosmetik oder Kleidung. Für diejenigen von euch, die es noch nicht mitbekommen haben, ich ernähre mich, ich glaube, mittlerweile seit vier Jahren komplett vegan. Bei der Kleidung achte ich auch sehr streng darauf. Also da kaufe ich nichts, was irgendwie Wolle, Leder, Fäder oder sowas in sich hat. Also nichts, was von Tier kommt. Bei der Kosmetik, was so Make-up angeht, da würde ich sagen, es ist 50-50. Weil, also ich habe schon super viel ausprobiert, aber ich muss sagen, dass oft die vegane Kosmetik einfach nicht für mich funktioniert. Deswegen ist es noch so gemischt. Aber alles, was zum Beispiel Hauptpflege angeht, Duschgel oder Shampoo, da achte ich auch komplett drauf. Aber da finde ich es auch sehr einfach, weil gerade bei DM oder so ist halt alles gekennzeichnet. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr euch vegan, vegetarisch oder als Alles-Esser ernährt oder ob ihr in solchen Punkten, wie jetzt gerade ich es genannt habe, irgendwie darauf achtet, wo die Sachen herkommen oder was genau drin steckt. Jeder hat eine eigene Meinung. Jeder soll das machen, was er für richtig hält. Deswegen freue ich mich aber trotzdem, eure ganzen Meinungen zu lesen. Und dann würde ich sagen, probiert mal ein bisschen hier von meinen DIYs aus und schaut, ob sie cool werden. Und ich würde sagen, los geht's! Ich glaube, mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass es zwei Dinge gibt, die ich sehr gerne trage. Im Sommer oder an warmen Tagen, so wie heute zum Glück, endlich mal wieder Offshore-Oberteile. Ich finde die einfach mega schön an mir. Also mir gefällt das einfach sehr gut, wenn ich das trage. Und im Winter an kalten Tagen Hoodies. Wenn man sich so richtig schön reinkuscheln kann und die am besten von innen noch richtig schön soft sind, dann liebe ich die einfach. Und ich habe auch relativ viele, die halt so einfarbig sind. Sind ganz cute, aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Und da war ich auf Amazon unterwegs und habe das hier gefunden. Und zwar richtig viele coole Bügelbilder. Ich wusste nicht, dass es online so coole Motive gibt, aber die gefallen mir einfach so gut. Aber es gibt nicht nur die, ich habe auch noch das hier gefunden. Zum Beispiel diesen Rolling Stones-Zeichen. Das ist ja mega in. Und da gibt es so viele Pullover, die man irgendwo in den Läden kaufen kann. Oder diese ganzen Splitterlinge hier, mega im Visco-Style. Und die wollte ich unbedingt haben. Starten wir mit diesem Pullover hier. Den mag ich mega gerne, aber der ist halt einfach nur ganz weiß. Und ich dachte mir, er kann auf jeden Fall ein bisschen Farbe vertragen. Ich habe mir deshalb diese zwei Patches hier bestellt. Allerdings glaube ich, dass ich die Beschreibung gar nicht gelesen habe, weil der hier ist so viel größer als die Geister. Und ich würde mir jetzt halt gerne so auf die Brust kleben. Auch den Pullover auf die Brust kleben. Aber ich glaube, das sieht ein bisschen komisch aus. Der wirkt fast wie so ein Tennisball, so ein riesiger. Und die sehen so mini kleiner neben ihm aus. Deswegen überlege ich, ob man den hier zuschneiden könnte. Meint ihr, das funktioniert? Wenn, dann sieht es richtig gut aus oder ich versaue es. Let's try it. Ich nehme dazu jetzt einfach ein Washi-Tape. Dann habe ich nämlich eine perfekte, runde Vorlage. Das habe ich übrigens mal von der Zuschauerin bekommen. Also ich hoffe, du siehst das. Ich habe mich mega darüber gefreut. Und das zeichne ich jetzt nicht hier vorne drauf, damit man die Linie nicht sieht, sondern einfach auf die Rückseite. Schaut mal, wie gut es geworden ist. Das sieht doch jetzt viel besser aus und passt jetzt perfekt zu denen. Also auf jeden Fall besser als das hier. Was jetzt noch fehlt, ist das Auge. Und dann nehme ich einfach hier so einen Textilmarker. Und schwupp, DIY Pac-Man ist fertig. Jetzt können wir das Ganze aufbügeln. Schaut mal, das sieht so gut aus. Aber ich habe echt gehofft, dass es was wird. Aber ich bin auch ein bisschen stolz jetzt gerade. Jetzt vielleicht nur noch zwischen dem Pac-Man und dem Gast dann so ein paar schwarze Punkte. Die werde ich jetzt einfach wieder mit dem Textilmarker machen. Und dann ist dieser Pullover auch schon fertig. I love it. Ich finde ihn so cool. Das ist so ein richtiger Hingucker jetzt mit den Farben da vorne drauf. Und deswegen werde ich ganz einfach direkt mal anhalten. Für den nächsten Pullover habe ich meine Inspo übrigens von Instagram bekommen. Ich folge da nämlich Sadie Elders. Ich schaue ihre YouTube-Videos total gerne. Das ist eine amerikanische YouTuberin, glaube ich. Und sie hat dieses Foto hier gepostet. Moment. Okay, ich glaube, ich kann es nicht richtig sehen. Ich blende es euch hier ein. Da hat sie auf jeden Fall einen hellblauen Pullover an mit einem Schmetterling vorne drauf, wie ich es eben auch bestellt hatte. Und ich dachte mir, okay, es sieht so cute aus. Ich will das genau so nachmachen. In dem Set ist, glaube ich, sogar genau dieselbe Farbe drin, wie ihr Schmetterling hatte. Ich glaube, der hier kommt da mega nah dran. Ja, das sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Und alles, was man jetzt quasi noch machen muss, ist hier die Mitte zu bestimmen. Erstmal vom Hoodie und auch die Höhe, wo man es haben will. Und dann kommt dann Handloch drüber. Und dann kommt das Bügeleisen oben drauf. So lange, bis das Patch fest am Pulli klebt. Mach es auf jeden Fall lang genug, weil ich habe es einmal viel zu kurz gemacht und dann ist es super schnell wieder abgefallen. Und Test. Ganz vorsichtig hier so dran gehen, um zu gucken, ob die Kanten fest dran sind. Aber das sieht mega gut aus. Fertig ist der Hoodie. Wie kann man müde sein, wenn man den ganzen Tag schläft? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall war es gerade eben so super einfach und mega schnell, dass ich mir überlegt habe, noch einen zweiten Pullover in diesem Schmetterling-Style zu machen. Allerdings nicht in Babyblau, sondern in Babyrosa. Das finde ich auch mega schön. Und ich habe euch auf Instagram abstimmen lassen, wie genau das aussehen soll. Die Mehrheit von euch war dafür, dass ich drei Schmetterlinge in einer Reihe mache, aber der in der Mitte ein bisschen größer ist, weil ich habe hier auch verschiedene Größen drin. Und genau das werde ich jetzt machen und anschließend diesen Pullover auch an jemand von euch verlosen. Wie genau ihr teilnehmen könnt, erkläre ich euch gleich. Ich bin erstmal fertig bekommen, dass ich weiß, dass er auch gut aussieht. Ich glaube, hier wäre es ganz cool. Und dann markiere ich mir das mit so einem Textilmarker. Und dann nehme ich mir für die Mitte diesen in Pink hier. Außen kommt dann einer in so einem Dunkelrot und Lila. Jetzt muss ich mir noch mal Mühe geben, als bei meinen eigenen Pullovern, weil ich will, dass der oder diejenige von euch richtig glücklich damit wird. Wisst ihr noch, letzten Herbst habe ich mal die Schuhe verlost, die ich mit dem Hydro-Dipping gemacht habe. Und das war mein zweiterfolgreichstes Bild aus dem ganzen Jahr, weil ihr das so gefeilt habt in den Kommentaren und mit den Likes. Dachte ich mir danach, okay, lag es daran, dass die Schuhe so schön waren oder weil es eine Verlosung von mir war oder beides. I don't know, aber wir testen es jetzt einfach nochmal. Das ist halt einfach so ein super einfaches DIY, mit dem ihr halt aus euren langweiligen alten Klamotten wieder coole neue machen könnt. Einfach indem man nur so einen Patch aufbügelt. Sieht halt direkt anders und cooler wieder aus. Das hier ist übrigens kein alter Pullover von mir. Den habe ich extra jetzt für dieses DIY gekauft, weil ich halt ihn an euch verschenken wollte. Also keine Sorge, ihr bekommt hier nicht meine alten getragenen Klamotten. Schaut mal, das sieht so cute aus. War auf jeden Fall eine richtig gute Idee, die nicht alle gleich groß zu machen. So gefällt es mir auch viel besser. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die ich mit diesem Hoodie vorhatte, bevor ihr ihn bekommt. Und zwar habe ich extra zwei Nummern größer genommen, als ich es normalerweise tun würde. Also ihr seht, der ist schon ziemlich lang an mir und breit. Aber er hat hier diese Bauchtasche und da habe ich mir überlegt, die einfach darüber zu croppen, dass man so einen Cropped-Sweater hat, der dann perfekt auf High-Waisted Jeans aussieht. Ich finde ihn so viel cooler und auch viel sommerlicher, wenn jetzt dann der Frühling irgendwann wiederkommt. Und falls ihr bei der Verlose teilnehmen wollt, dann seid einfach abonniere meines Kanals, gebt diesem Video einen dicken Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar, in dem ihr vielleicht verrate, warum ihr diesen Hoodie unbedingt haben wollt. Aber ganz wichtig, schreibt auch euren Instagram-Namen dazu, denn nur so kann ich euch kontaktieren. Ansonsten findet ihr alle weiteren Infos in der Infobox. Mittlerweile haben wir den nächsten Tag. Ich war gestern übrigens noch beim Friseur. Sieht man das? Ein bisschen, oder? Und Meila wurde heute Morgen registriert. Also es war extrem viel los, seit ihr den letzten Clip gesehen habt. Sie liegt übrigens gerade da rechts unten, damit ich sie im Blick habe. Aber ihr geht es ganz gut, sie ist noch ein bisschen schläfrig. Auf jeden Fall wollte ich jetzt noch einen letzten Pullover machen und dafür braucht man wieder Textilstifte. Die bekommt ihr in jedem Bastelshop. Und das Coole ist halt, man kann zeichnen, was man möchte. Die Farbe bleibt danach einfach permanent auf dem Hoodie drauf. Und man kann auch die Sachen natürlich waschen bis zu 40 Grad, aber die Farbe bleibt fest. Ich benutze dafür jetzt wieder einen weißen Pullover. Aber weil ich weiß, dass wenn ich da jetzt freiwillig was draufzeichne, die Buchstaben wahrscheinlich komplett unterschiedlich groß werden, habe ich mir eine kleine Vorlage hier auf einem Blockpapier geschrieben. Hier. Für California. Übrigens kommt da auch mein Kanalname her. Also Cali Cassie steht für California Cassie. Stimmt mal oben mit ab, ob ihr das schon wusstet. Ich glaube die Mehrheit nicht, weil ich habe es echt nur ein paar Mal erwähnt. Also ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und jetzt kommt das Megapraktische daran, denn die dunkle Farbe von der Vorlage, die sieht man durch den Pullover durch. Also schiebt die Vorlage einfach rein und dann sieht man einfach die ganze Schrift durchscheinen und kann sie perfekt abzeichnen. Und dadurch wird auch alles gleichmäßig. Und das hier ist es, das Endergebnis. Ich finde, der Pullover ist so cool geworden. Ganz ehrlich, man könnte doch denken, das ist einfach so gekauft und nicht selber gemacht, oder? Und ich bin natürlich mega gespannt auf eure Kreationen. Also falls ihr auch eure alten Klamotten aufpimpt, dann verlinkt mich unbedingt im Instagram auf eurer Story, damit ich das auch sehen und bei mir teilen kann. Jetzt muss ich mich um Myla kümmern, denn die ist gerade aus der Narkose aufgewacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen oben dafür da und ein Abo, denn wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Oh, Baby. und das war's, fifth und sería recreation. Und dann mach's auf die Welt so, wir sind sicher, dass wir dann mit dir in Health Element gibt. mamy auch noch Glück, aber wir können nochmal bisάuschen. und wir können ja, wir können ja noch was, haben wir mal Angst,